Hallo, ich begrüße dich zu diesem Video. Ich begrüße dich zu den Nikon News Nummer 36. Ja, manchmal kommt es anders, als man denkt. Und gut, dass ich immer meinen Prinzipien treu bleibe und in meinen Videos nicht über Gerüchte berichte. Ja, in den Livestreams bin ich ein bisschen offener, aber da kann ich ja auch ein bisschen Kontext dazu bieten und vielleicht auch nochmal auf Rückfragen reagieren. Nikon hat uns heute Morgen überrascht. Und wenn du vielleicht denkst, dass ich nicht überrascht bin, weil ich entsprechende Informationen von Nikon bekomme, dann hast du dich getäuscht. Auch ich wache morgens auf und schaue in Social Media vorbei oder kriege eine WhatsApp-Nachricht vom lieben Oliver. Nikon hat ein neues Objektiv gebracht. Und was war das Spannendste, was er dazu geschrieben hat? Den Preis. Dazu kommen wir aber später noch. Ja, ich bin auch völlig überrascht von dem neuen 35mm mit Offenblende 1.4, das Nikon heute angekündigt hat. Und bitte seht es mir nach, wenn ich mal nicht so zeitaktuell zu diesen Themen ein Video machen kann, dann liegt es einfach daran, weil auch ich nicht immer dann, wenn Nikon mich überrascht, Zeit habe, entsprechenden Content zu produzieren. Aber heute hat es nochmal geklappt. Ja, was ist das Überraschende an dieser neuen Objektivvorstellung? Außer dem Preis. Dieses Objektiv ist nicht das Objektiv, was Nikon auf der Roadmap hatte und es ist unternehmenspolitisch ein super spannendes Objektiv. Ich finde ja das Spannendste gar nicht die technischen Details. Die blende ich dir hier oben rechts mal ein, deswegen bin ich hier zur Seite gegangen. Da kannst du ja während ich ein bisschen was erzähle, kannst du ja schon mal genau schauen, wie sich dieses Objektiv von dem 35mm 1.8 unterscheidet. Unternehmenspolitisch ist dieses Objektiv so spannend, weil aus meiner Sicht ist das eine Kampfansage an die chinesischen Hersteller, beispielsweise Wildrocks. Das ist ein Objektiv in einer sehr, sehr aggressiven Preisklasse und gleichzeitig sind die technischen Daten auf den ersten Blick überraschend überzeugend. Nämlich die Lichtstärke ist nochmal ein Tick größer als bei einem Objektiv mit Offenblende 1.8. Übrigens einem der ersten Nikon Z-Objektive, die Nikon auf den Markt gebracht hat. Ich kann mich daran so gut erinnern, denn es war natürlich auch mein erstes Objektiv. Ich glaube mit dem 50er 1.8, 35er 1.8, glaube ich kam sogar das 35er als erstes. Und ich fand das damals schon spannend, dass Nikon das 35er als erstes gebracht hat. Aber ich möchte nicht abschweifen. Ja, dieses Objektiv wird aus meiner Sicht eine neue Objektivklasse eröffnen. Nämlich eine Objektivklasse der preislich wettbewerbsfähigen Objektive, die allerdings technisch ein bisschen eingeschränkt sind. So, und dieses Objektiv hat ja einen interessanten Preis, wenngleich der sich kaum unterscheidet von dem S-Objektiv 35 mm 1.8. Und damit habe ich es schon ausgesprochen, es ist kein S-Objektiv und es ist von den technischen Daten, von der Konstruktion einen Tick einfacher konstruiert. Und ich denke, damit möchte Nikon auch etwas von dem Kuchen des, ich sag mal, unteren Preissegments im Objektivmarkt abbekommen, den im Moment die chinesischen Hersteller im Wesentlichen unter sich aufteilen. Und deswegen wird Nikon dort die kostentreibenden Funktionen versucht haben zu reduzieren oder wegzulassen, um hier ein entsprechendes Angebot zu machen. Und natürlich kann ich nichts über die Qualität des Objektives jetzt sagen, denn ich habe es noch nicht in den Händen gehalten. Und ich sag mal so, das hat ja eine Offenblende 1.4. Mein erster Gedanke war, na, ich empfehle das 1.4. Das kann man immer noch auf Blende 1.8 abblenden und dann wird die Qualität besser werden. Und im Zweifel hast du die etwas höhere Lichtstärke. Ob diese These stimmt, dazu muss ich mir das Objektiv natürlich nochmal genauer anschauen und dann mit dem 35er 1.8 vergleichen mit dem S-Objektiv. Also du darfst gespannt sein und ja, ich würde jetzt erstmal warten, selbst wenn du einen 35mm so auf deiner Investitionsplanung hast, ich würde erstmal warten, bis wir genau wissen, wie dieses Objektiv einzuordnen ist. Ganz klar, du siehst es hier, die Linsenkonstruktion ist ein bisschen einfacher, die Vergütung ist einfacher, auch die Kratzfestigkeit der Oberflächen ist möglicherweise etwas reduziert. Und was natürlich auch spannend ist, greift Nikon korrekturmäßig, elektronisch, greift Nikon ein. Nikon hat ja die Möglichkeit, die Verzeichniskorrekturen zu sperren, abzuschalten und dann entsprechend einzugreifen und so ein Objektiv auch nochmal digital in der Kamera zu korrigieren. Das ist nichts Schlechtes. Mein Wunsch wäre, dass Nikon uns das überlässt, ob wir das wollen oder nicht, ob wir mit den Verzeichnungen leben können oder nicht. Aber die Politik ist da bei Nikon so, dass sie uns das abnehmen, diese Entscheidung. Ja, und die ganzen Daten sprechen ja dafür, dass das Objektiv einfach gar nicht wirklich lichtstärker ist, sondern dass einfach ein etwas größerer Lichtkreis, Bildkreis genutzt wird. Ja, das ist ja immer so, wie kann ich die Qualität eines Objektivs verbessern, ohne ganz große konstruktive Aufwände zu treiben. Und das hat Sigma mit der Art-Serie uns vorgemacht. Ihr erinnert euch noch vielleicht an diese großen, schweren Objektive, die aber eine enorme Qualität hatten. Und da sind einfach die Linsenelemente größer und es wird aber nur ein mittlerer Bereich in diesem Bildkreis, der dort auf den Sensor projiziert wird, genutzt. Und damit kann ich die Qualität erhöhen. Und jetzt kann ich eine ähnliche Konstruktion hier bei dem 35 mm wählen und gleichzeitig etwas mehr von dem Bildkreis nutzen. Das führt zu Vignetierung, das führt zu größer Randunschärfe aller Wahrscheinlichkeit nach. Und zum Beispiel die Vignetierung kann ich dann aber elektronisch wieder rausrechnen, sodass es vielleicht gar nicht auffällt. Es gibt aber einen Trick, um das Objektiv ein bisschen zu testen. Das solltest du nicht machen, nicht, dass da irgendwie ein Schaden an deiner Kamera auftritt. Aber ich schraube dann immer mal das Objektiv nicht hundertprozentig in die Fassung rein und dann gibt es noch keine Kontakte. Und dann kann man so eine Idee bekommen, wie viel Nikon dort elektronisch korrigiert. Also ihr müsst mir in die Kommentare schreiben, ob ich mir das Objektiv anschauen soll. Ich habe das 1.8 35, bin damit sehr zufrieden und ich bin gespannt. Es gibt natürlich auch noch andere 35 mm Objektive auf dem Markt. Also schon eine ganz spannende Frage. Schreib unbedingt mal in die Kommentare, ob das Objektiv für dich interessant ist und ob du so einen Vergleich zwischen dem S-Objektiv und dem neuen spannend findest. In dem Sinne freue ich mich auf deine Kommentare und natürlich aufs Wiedersehen mit einem Video zur Z6-3. Bis dahin. Tschüss.